Hallo, ich grüße euch. Kurze Nachlese von Legida gestern. Ich war mal wieder vor Ort, wollte auch mal wieder Stimmungsbild einfangen, habe also auch die Menschenmassen dort gefilmt, damit man einfach mal einen Überblick kriegt, wie das dort sich entwickelt hat. Ich war ja vor längerer Zeit das letzte Mal dort, um mal die Demonstrationszüge zu zeigen. Momentan ist es so, dass die Menge noch ein bisschen gefrustet ist, weil das, was man sich versprochen hat und die Zulrichtung, die man eingeschlagen hat, irgendwie vielen auch nicht klar ist. Also viele meinen, es müsste doch viel schneller gehen und wir sind doch nun eigentlich genug und wir haben genug Protest. Ja, aber ihr habt immer noch nicht verstanden, was das Wesentliche an der ganzen Geschichte ist. Weil er nämlich, auch Legida oder Begida, immer nur an den Symptomen herumdoktert. Die Symptome sind eben, dass die Regierung sich nicht an die Gesetze hält. So, sei das jetzt Asylgesetz, sei das auch die Sozialgesetzgebung, sei das auch nicht unterschriebene Bescheide, gefägtes Wahlrecht. Also da wird zwar dann ständig gerufen, Jung muss weg oder Merkel muss weg. Die waren noch nie da. Warum müssen die denn weg? Die sind noch nie da. Die haben, die sind nicht gewählt worden, weil sie die Staatsangehörigkeit nicht haben. So, das erzähle ich nun schon seit zwei Jahren, seitdem wir beim Bundeswahlleiter gesessen haben. Die Leute begreifen es einfach nicht. Die stellen sich im Fernsehen hin und stellen sich davor als Gewählte. Sie können nicht gewählt sein, weil die Voraussetzung für die gültige Wahl die Staatsangehörigkeit ist und die muss erstmal ordentlich bestätigt sein. Und die hat niemand. So, warum ist das denn so? Ja, ihr müsst mal drüber nachdenken, was hier los ist in dem Land. Am 28.10. 1918 musste der Kaiser das Land verlassen. Der Kaiser war der Repräsentant des Staates. Staates. So, wenn der das Land verlässt, dann ist sozusagen ein Rechtsstillstand, weil derjenige, der ist, der die Gesetze und Beordnungen unterschreiben durfte. Und sein Verweser, da durfte das auch, habe ich im letzten Teil auch erklärt. Wenn er das Land verlässt, kann also keine Gesetzesänderung, die eine staatliche Gesetzgeber erfordert, gemacht werden. Was gemacht werden kann, ist Notstandsrecht. Die ganze Bundesgesetzgebung ist weiter nichts wie Notstandsrecht. Und wenn man sich überlegt, dass die Grundgesetzmacher, Carlo Schmid, gesagt hat, wir haben keinen neuen Staat zu machen, sondern wir haben das Wirtschaftsgebiet oder das Gebiet dort neu zu organisieren. Und nichts anderes macht die Bundesregierung. Sie organisiert nur. Aber sie sind, sie wählen im Prinzip nur Notstandsleiter, keine gesetzlichen Gesetzgeber. Und deswegen sagt Frau Merkel, ich kann ja nichts machen. Und da hat sie nicht mal Unrecht, weil sie nämlich als Notstandsleiter es nicht machen muss. Aber wenn sie es macht, dann muss sie sich an die Gesetzgebung der kasselischen Gesetze halten. Und genau das macht sie nicht, weil sie nämlich gar keine Deutsche ist. Und bei Gauck und ähnlichen Leuten sieht das ähnlich aus. Die haben alle falsche Normen. Frau Merkel heißt auch nicht Frau Merkel. Da muss man mal richtig in den Pass haben, in den Pass reingucken, den sie wirklich hat. Nicht den, den sie immer wohl zeigt. Das muss man verstanden haben. Und ich verzweifle, dass es bei allen anderen grundlegend anders ist. Bei jedem im Haushalt steht drinnen Deutsch. Das heißt aber nicht, dass alle die gleiche Staatsangehörigkeit Deutsch haben. Deutsch ist einfach nur das Ersatzwort, dass die Staatsangehörigkeit noch nicht festgestellt worden ist. Weil sonst würde drinnen stehen Baden, Preußen, Elsass-Ludringen, also die ganzen 26 Bundesstaaten, die so im Russland stehen. Das müsste im Haushalt stehen. Das ist die korrekte Feststellung der Staatsangehörigkeit. Und mit dieser Staatsangehörigkeit darf in diesem Bundesstaat wählen gehen. Dass der Kaiser keine Außengrenzen 1914 sichern kann, liegt daran, dass sein Volk, was ein Ausführer ist, im Prinzip, also das Staatsfundament, das immer noch nicht begriffen hat, wie der Staat heißt. Der Staat heißt Deutsches Kassereich. Dass man das kurz mit Deutschen Reich abgekürzt hat, heißt noch lange nicht, dass die Weimarer Oblig, die sich auch Deutsches Reich genannt hat, ein Staat ist. Ist sie nämlich nicht. Die Weimarer Oblig ist eine Zirkusnummer. Bis zum heutigen Tag. Und alle haben davon geerbt. Der Hitler hat davon geerbt und die Bundesrepublik hat davon geerbt, weil sie Gesetze des Nationalsozialismus fortgeführt hat. Statt einen sauberen Schnitt zu machen. Die DDR zum Beispiel hat einen sauberen Schnitt zur Gesetzgebung des Nationalsozialismus gemacht. Die war kein Rechtsnerfolg oder Weimarer Oblig. Aber die war natürlich auch nicht Erfüllungsgehilfe der kaiserlichen Gesetzgebung. Beide Konstrukte hat man am 18.07 Uhr beendet. Und zwar richtig beendet. So. Man hat aber dem Bundesstaat und auch der Volkskammer nicht erzählt, was man im Geheimen gestrickt hat. Das haben nur ganz wenige Leute erfahren und beobachtet. Und die müssen heute noch mit ihrem Leben fürchten. Deswegen ist auch der Gott-Holmut Komasa derzeit abgedaucht. So. Und das ist auch gut so, dass er sein Leben schützt, weil er ein wichtiger Zeitzeuge ist, wie es wirklich war. So. Sein Buch gibt es aber noch. Das heißt, die deutsche Karte. Gucken wir mal rein und dann kann man das doch nachlesen, dass es so war. So. So. Was ist denn jetzt gemacht? Jetzt ist eine Täuschung gemacht worden. Es wurde wieder eine DDR-Firma genommen. Eine EDV-Firma. Die hat man Bundesrepublik Deutschland umbenannt. Und dann hat man die Firma einfach laufen lassen. Weil man wusste, dass die DDR noch nicht abgewickelt war. So. Nicht wirklich. Weil die Verfassung der DDR konnte nur das Volk selber abschaffen. Weil die Verfassung der DDR nun mal anders zustande gekommen ist, wie das Grundgesetz. Weil das Grundgesetz ja keine Verfassung ist. So. Das ist das Problem. Und was die Bundesrepublik und die Frau Merkel auch nicht klären kann. Also lange, wie wir immer nur wieder sagen, ja in Mitteldeutschland haben wir ja das Grundgesetz. Jein. Das Grundgesetz ist nur deswegen in Kraft, weil die Leute einen Personalausweis haben. Ein Personalausweis ist das gleiche wie eine Krankenversicherungskarte. Man muss die Gesetze und Verordnungen der Krankenkasse beachten. Und wenn man einen Personalausweis hat, muss man die Gesetze und Verordnungen des Bundes beachten. Und deswegen gilt das OBIC. Weil es nämlich die Ordnung ist, innerhalb des Betriebsgeländes, des Konzerns, der Bundesbahnmeile, sich geordnet zu verhalten. So. Auch wenn da steht, Parken und Dings auf Boden und so weiter und Flugzeugen, die das Wappen tragen, ist einem nicht erlaubt. Dann muss man sich überlegen, wenn man mit dem Betriebsausweis, Betriebsausweis, Personalausweis der Bundesrepublik unterwegs ist mit dem Kfz, verlängert man die Bundesmeile in sein Fahrzeug. Das ist nun mal so. Deswegen verlangen die ja immer als Arsch den Personalausweis. So. Und dann genau greift die OBIC. So. Das muss man einfach verstanden haben. Da muss es keinen Geltungsbereich geben, weil der Geltungsbereich nur halt von irgendwas Bundes, ja was ist das hier, Bundeskanzleramt, nun mal so festgelegt worden ist, dass jeder, der Personal dieser Firma ist, sich an die Gesetzgebung der Personalchefin gehalten hat. Und das ist Merkel. Sie ist also nicht ein Staatsratsvorsitzender, weil sie gerne wäre, weil sie ja so Frau Honecker sich so engagiert hatte. Sie hat eine Firma aufgebaut, die so heißt wie der ehemalige Bundesrepublik Deutschland. Und das ist eine Nichtregierungsorganisation. Und die verwaltet alle Leute, die nicht wissen, wie der Staat heißt. Weil es ist nun mal leider so, dass die Leute in Deutschland immer nur ARD, ZDF und Dritten glauben. So. Und man kann nun mal nur einen gesunden und rationalen Menschenverstand bewahren, wenn man dieses Drecksprogramm einfach abschaltet. So. Und das dauert eine Weile, bis die Wirkung der Gehirnwäsche nachlässt. Dann müssen wir sagen, hä hä, was erzählen die denn hier alle? Und dann kommen die Gedanken. So. Und dann muss man im Internet kasen und suchen und machen. Und da sagt man, ach du Elend. So. Ihr wisst ja, dass die ehrenamtlichen Presseleute schon ein bisschen eine Schulung kriegen. Will ich euch einfach mal so sagen. Also die kriegen dann ein paar Dokumente zugespielt, woraus sie erkennen können, wo wir wirklich stehen. Und zwar bloß die Anfänger. Weil sie wissen, dass jeder Journalist von Natur aus neugierig ist und da nachgrasst und nachwäscht. So. Und das machen die dann auch und man kann sicher sein, dass jeder, der mit einem Presseausweis draußen rumrennt, weiß, was in diesem Land los ist. Ja. Aber er wird es natürlich nicht sagen. Denn wenn wir es gar so weit aus dem Fenster lehnen, wird sein Pressechef sagen, du kannst wieder einpacken und kannst deine Sachen packen und verschwinden. So. Deswegen nimmt man sich als Feierstellerin eine freie Presseagentur. So. Das ist der Grund, weshalb es auch UNACOS gibt. So. Dort kann man nämlich seinen Presseausweis einhängen, weil man muss ja tätig werden, um den zu Recht zu besitzen. Also man kann ja einfach nur im Presseausweis holen und dann nichts machen und in den Schrank tun, aber man muss tätig sein. Und diesen Tätigkeitsnachweis kriegt man durch eine Presseagentur. So. Da kann man sich nur beim Bundespresseamt einhängen oder wie auch immer oder bei irgendeinem Privaten. Da hält dann der den Kopf dahin. Oder man kann es in einer Organisation hinhängen, die Kirchenrecht hat. Weil nämlich Jona Vision seit über 20 Jahren existiert. Genau. Und das Kirchenrecht sich ersetzen hat. Weil wir seit 40 Jahren auf dieser Strecke tätig sind und eine bürgerrechtliche Glaubensbewegung sind, wenn man so will. Also wir haben auf jeden Fall den christlichen Teil, wir haben den bürgerrechtlichen Teil. Und wir haben jetzt noch die dazugekommen, die aus dem Altgermanismus kommen und unbedingt hier wieder geordnete Verhältnisse sind. Obwohl die weder mit den Christen noch mit dem Bürgerrechtler wirklich können. Aber sie sind engagiert und wollen was erfahren. Wir wollen von denen um erfahren, was die wissen. Also es ist ein Wissensaustausch. Und deswegen hat das bis jetzt funktioniert. Momentan funktioniert es nicht, weil die Truppenteile noch nirrisch erkannt haben, dass man gewisse Dinge eben nicht machen darf. Ich muss erstmal hier einen Fehler wegdrücken. So. Und nun ist jetzt die Sache so, dass man Ordnung reinbringen muss in das System. Das heißt, es darf keine Zweifel darüber geben, ob Vorgänge korrekt sind oder nicht. Und das ist eine völlig unverhandelbare Geschichte. Da lasse ich auch keine Luft dran. So. Also wer mit uns zusammenarbeiten will, irgendwie begreifen es die Leute nicht. Ich muss erstmal hier den Fehler wegdrücken. Okay, jetzt geht weiter. Okay, jetzt geht weiter.